In diesem Video beschreibe ich dir das Keloid. Das Keloid ist ein durch überschießendes Wachstum von Fibroblasten entstehender, das Hautniveau überragender gutartiger Tumor, der nach Verletzungen, dann als Narbenkeloid, Operationen oder auch spontan auftreten kann und als ein gestörter Heilungsprozess anzusehen ist. Menschen dunkler Hautfarbe sind häufiger betroffen als hellhäutige. Der Prozess zur Bildung von Keloiden bezeichnet man als Keloidose. Vom Keloid abzugrenzen ist die hypertrophe Narbe. Die Ursache der Keloidbildung ist noch nicht komplett erforscht, aber eine genetische Disposition ist sicher. Die Aktivität der Fibroblasten wird unter anderem durch Wachstumsfaktoren aus Entzündungszellen und aus epidermalen Keratinozyten beeinflusst. Durch ein gestörtes Zusammenspiel dieser Faktoren wird offenbar das Gleichgewicht zwischen Synthese und Abbau des dermalen Kollagens verschoben. Im Gegensatz zur hypertrophen Narbe kann sich das Keloid über die ursprüngliche Verletzung hinaus auf unbeschädigte Haut ausdehnen. Das Keloid stellt sich dar als wulstförmige, über das Hautniveau erhabene Gewebswucherung. Die Farbe kann von zartrosa bis tiefrot variieren. Die Konsistenz ist hartelastisch bis hart. Bevorzugte Lokalisationen sind der Brustbereich, Rücken- und auch Schulterpartien. Normalerweise bestehen bis auf die ästhetischen Beeinträchtigungen keine Beschwerden. Gelegentlich können Juckreiz, Berührungsempfindlichkeit oder auch Dysästhesien auftreten. Die Therapie von Keloiden ist schwierig, sodass häufig mehrere Therapieansätze probiert werden müssten, um ein befriedigendes Ergebnis zu erreichen. Nur für wenige Verfahren liegt bereits abgesichert eine klinische Ergebnislage vor. Der Leidensdruck und damit die Therapiebereitschaft des Patienten ist immer abhängig vom Maß der ästhetischen Beeinträchtigung. Die alleinige Exzision eines Keloids mit primärem Wundverschluss ist als Methode überholt, da es im Narbenbereich zu erneuter Keloidbildung kommt. Die OP wird deshalb mit einer Nachbehandlung kombiniert, die das Rezidiv verhindern soll. Weitere Möglichkeiten stellen Gewebstransplantationen von Keratinozyten oder die Verwendung von Spalthaut dar. Eine allgemeine medikamentöse Therapie ist noch nicht bekannt, aber japanische Forscher berichten darüber, dass bei Patienten, die ein Antimykotikum zur Behandlung von Pilzinfektionen bekamen, nebenbei eine dramatische Besserung der Keloidnarben zu beobachten war. Die lokale, intralesionale Einspritzung von Corticosteroiden ist die verbreitetste Methode zur Therapie von Keloiden. Die Wirkung beruht auf einer Reduzierung der Kollagenproduktion in den Fibroblasten. Eine eher fragwürdige Alternative stellt die externe Behandlung mit corticosteroidhaltigen Cremes, Salben oder Pflastern dar, weil die zeitnahe Wirkstoffresorption in ausreichender Stärke bezweifelt werden muss. Neben Corticosteroiden werden vereinzelt zellwachstumshemmende Zytostatika eingesetzt. Eine andere Methode ist das Abdecken des Narbengewebes mit Silikonfolien oder Silikongel. Als Wirkmechanismen werden hierbei Okklusions- und Hydrationseffekte angenommen. Die lokale Kälteapplikation ist ein aufwendiges und langwieriges Verfahren, dessen Wirkung auf der Veränderung der Mikrozirkulation im Keloid beruht. In mehreren Sitzungen wird die Läsion mittels des Kontakt- oder Sprühverfahrens eingefroren und dabei schrittweise reduziert. Ein Nachteil stellt die lange Heilungszeit nach der Kälteapplikation und auch die unerwünschte Depigmentierung der Haut dar. Lokal wirkender Druck auf das Keloid führt nach längerer Therapiedauer ebenfalls zu einer Abflachung der Narbe. Die Druckbehandlung wird in der Regel mit Kompressionsbandagen durchgeführt, gelegentlich ergänzt durch Kunststoffmasken oder Druckknöpfe an besonderen Stellen. Besonders gut eignen sich auch Silikonprodukte, die mit Druck appliziert werden. Der Therapieeffekt stellt sich eher langsam ein. Die Dauer der Behandlung kann mehr als zwei Jahre betragen. Die Methode wird, bei entsprechender Disposition, auch zur Verhinderung von Keloiden nach Operationen eingesetzt. Die Kompressionsbehandlung wird gegen hypertrophen Narben nach Verbrennungen bereits länger erfolgreich eingesetzt. Es muss aber angemerkt werden, dass die quantitativ überschießende sogenannte hypertrophen Narbenbildung pathogenetisch dem Keloiden nicht gleicht. Ein bewährter Therapieansatz ist die Anwendung ionisierender Strahlung. Wenn ein störendes Keloid chirurgisch entfernt wird, ist die Rezidivrate ohne nachfolgende Therapie sehr hoch. Bei Anwendung der Strahlentherapie wird dieses Rezidiv mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindert. Daher sollte die Strahlentherapie innerhalb der ersten Stunden nach chirurgischer Exzision beginnen.